Tolfa ist eine Gemeinde in der Metropolitenstadt Rom in der italienischen Region Lazio mit 5127 Einwohnern. Der Ort liegt 50 Kilometer nordwestlich von Rom und 13 Kilometer von der Hafenstadt Civita Vecchia entfernt. Geografie Tolfa liegt im Naturschutzgebiet der Monte della Tolfa. Die Tolfa-Berge wurden seit der Zeit der Etrusca zum Abbau von Mineralien wie Eisenerz und Alaun genutzt. Heute sind sie jedoch eine der einsamsten Gebiete Laziums, so dass hier neben vielen anderen Tieren auch die Tolfa-Wölfe noch ein Rückzugsgebiet haben. Tolfa ist Mitglied der Community Montana Monte della Tolfa. Zur Gemeinde gehören die Teilorte Rota, ein Dorf am Fluss Chen Mignon, und der nordöstliche Teil von Santa Sèvere an der Bahnstrecke Rom Civita Vecchia. Die Tolfa-Berge waren seit der Bronzezeit wegen ihrer reichen Bodenschätze dicht besiedelt. Davon zeugen noch zahlreiche archäologische Funde. Tolfa selbst wurde urkundlich erstmals 1201 erwähnt. Im 13. Jahrhundert kam der Ort in den Besitz des Kirchenstaats. Anfangs noch von der Familie der Frangipane beherrscht unterstand Täufer ab dem 15. Jahrhundert direkt der Apostolischen Kammer. Bevölkerungsentwicklung Quelle Politik Luigi Lando löste im Mai 2011 Alessandro Battilocchio ab, der im Jahr 2000 als jüngster Bürgermeister Italiens gewählt worden war. Partnerstätte Irland-Dingel im County Kerry Irland Malta-Gain-Silem auf der Insel Gozo in Malta Sehenswürdigkeiten Der mittelalterliche Ortskern von Tolfa drängt sich um einen hervorstechenden konischen Berg mit weiter Sicht über die Tolfa-Berge. Auf dessen Spitze steht die Ruine der Burg der Frangipane. Sie wurde 1799 von den Franzosen zerstört. Neben der Burg steht die Kirche Madonna de la Roque. Der Palazzo della Regione oder Palazzo Baronale wurde um 1200 errichtet. Im Ortskern stehen einige Renaissance-Paläste, wie der Palazzo Bottaoni, der Palazzo Celli und der Palazzo Panetti. Im Palazzo Kommunale ist die Stadtverwaltung untergebracht. Das Archäologische Museum, das vor allem Funde aus der Etrusker Zeit zeigt, befindet sich im ehemaligen Kloster der Agostiner Pater neben der Kirche Sugera. Von Tolfa nur war lange Zeit Konkurrentin von Tolfa-Vecchia, blieben nur Ruinen auf dem Monte Tolfa-Char, südlich von Tolfa. In Rota, östlich von Tolfa steht die Burg hoch über einer Schleife des Mignon. Regelmäßige Veranstaltungen Am ersten Sonntag im August findet das Turnier der berittenen Hirten der Botterie statt.